Es kommt der Lauf 13 und der Bahn 1 Redi-Rohmlein von Redi-Rohmlein. Und zwar Landstadt-Ammi bei der Bundeskaufsammlung bei der Bundeskaufsammlung von Redi-Rohmlein von Redi-Rohmlein von Redi-Rohmlein. Auf der Bahn 4, Vincent Kasseck von der Redi-Rohmlein-Szene. Er war 2. im deutschen Jahr 1. Mai 2021. Auf der Bahn 5, Vincent Kasseck von Borla-Sommer. Auf der Bahn 6, der 6. des ersten Mal ins Künftige im Jugendfinale, Thomas Börl. Auf der 7, Moritz Kasseck von Borla-Sommer. Auf der Bahn 7, Vincent Kasseck. Auf der Bahn 6, Vincent Kasseck, Kausal 1, Vielen Dank.